Heute wird es langweilig, wir schauen uns nämlich die schwarze Liste im UWG an, also den Anhang zu § 3 Absatz 3 UWG und in unserem Schema sind wir jetzt hier endlich bei der Unzulässigkeit, da aber beim wirklich langweiligsten Punkt, nämlich der schwarzen Liste. Und damit kommen wir zu der Frage, ja was ist denn überhaupt die schwarze Liste? § 3 Absatz 3 sagt, die im Anhang dieses Gesetzes aufgeführten geschäftlichen Handlungen gegenüber Verbrauchern sind stets unzulässig. Das bedeutet, diese Tatbestände sind insbesondere in der Praxis super, ich sag mal super toll. Jeder Rechtsanwalt freut sich, wenn ein Tatbestand der schwarzen Liste erfüllt ist, weil, wenn die Voraussetzungen der schwarzen Liste vorliegen, ja dann brauchen wir gar nicht mehr zu reden, dann brauchen wir auch keine anderen Tatbestände mehr aufführen, nicht mehr irgendwie die Irreführung nach § 5 UWG oder sowas, sondern die Voraussetzungen liegen vor, Punkt, zack, es ist unzulässig. Und man hat beispielsweise einen Unterlassungsanspruch. Okay, für die Klausur, und das interessiert uns ja hier auf diesem Kanal, in der Klausur ist das ein bisschen nervig, diese schwarze Liste, weil ihr seid bei der Unzulässigkeit hier und der erste Schritt ist immer diese schwarze Liste und hierfür müsst ihr immer leider die schwarze Liste überfliegen. Ihr solltet, ja, immer einmal drüber schauen und hier auch schon mein erster Tipp, ihr solltet euch tatsächlich, ja, vor der Klausur einmal diese 32 Nummern durchlesen. Und, ja, ich hab sie mir auch schon ein paar Mal durchgelesen, aber ich vergesse die immer. Jedenfalls müsst ihr in der Klausur drüber nachdenken und wenn ihr in einer Irreführungsklausur seid, ja, dann guckt ihr in die Nummern 1 bis 23c und wenn ihr in einer Belästigungsklausur seid, dann schaut ihr in die Nummern 24 bis 32. Natürlich kann auch beides kombiniert sein, dann müsst ihr alle Nummern überfliegen. Okay, und damit kommen wir auch schon zu dieser Übersicht. Also, die schwarze Liste hat 32 Nummern und diese 32 Nummern sind einmal in irreführende, geschäftliche Handlungen unterteilt und einmal in aggressive, geschäftliche Handlungen. Ich hab hier mal die, ja, wichtigsten Nummern aufgeführt. Das sind zum Teil, oder das sind primär die Nummern, die auch in unseren Tutorienfällen relevant wurden. Deswegen hab ich die hier mal aufgeführt. Zum Beispiel die unerlaubte Verwendung von Gütezeichen und Ähnlichem. Das ist wirklich ein Klassikerfall, wenn es um so Sachen geht wie der X wirbt mit Hey, ich habe die beste Lackfarbe auf dem Markt, das wurde auch von der Stiftung Warentest belegt. Wenn sowas in der Klausur vorkommt, dann müsst ihr immer an die Nummer 2 denken, weil dieses Gütezeichen der Stiftung Warentest, ja, da könnte die Nummer 2 einschlägig sein. Genau, und dann auch noch die anderen Nummern. Wir schauen uns ein paar Nummern gleich noch an. Und bei den aggressiven, geschäftlichen Handlungen, da gibt es insbesondere zwei, die relevant sind. Nämlich die Nummer 26 und die Nummer 28. Wir schauen uns das gleich an. Hier nochmal erstmal der wichtige Hinweis von mir. Ihr könnt euch, falls ihr das dürft in eurem Bundesland, könnt ihr euch die Nummer 13 neben dem Paragrafen 4a, Nummer 3a kommentieren, die Nummer 27 und die Nummer 28 neben den Paragraf 4a, die Nummer 11 und 22 neben den 5a uwg und die Nummer 26 neben den Paragraf 7 uwg. Das solltet ihr machen, falls ihr das dürft. Und damit kommen wir zu dem Schema für die Klausur. Wir sind hier bei der Unzulässigkeit. Und in der Klausur sagt ihr dann, ja, hier könnte der Paragraf 3 Absatz 3 uwg in Verbindung mit Nummer, keine Ahnung, 27 des Anhangs einschlägig sein. Und wie prüft ihr das dann weiter? In der Klausur solltet ihr das in diesem folgenden Zweischritt machen. Ihr solltet einmal den Anwendungsbereich prüfen. Nämlich gilt die schwarze Liste nur für B2C-Verhältnisse, also nur gegenüber Verbrauchern. Also wenn Pepsi-Cola bei Tesla oder bei Mercedes LKWs kauft, ja dann ist das kein B2C-Verhältnis, dann ist das nicht gegenüber Verbrauchern. Und dann fällt die schwarze Liste sofort raus. Okay. Und nachdem ihr diesen Anwendungsbereich geprüft habt, müsst ihr dann den Tatbestand der jeweiligen Nummer prüfen. Und dieser Tatbestand, der, ja, der ist immer anders. Also da kann ich, da kann ich nichts zu sagen. Das müsst ihr in der Klausur, ja, aus der Norm rauslesen. Aber das ist wirklich möglich. Insbesondere solltet ihr nämlich dieses hier im Hinterkopf behalten. Wenn ihr eine Nummer der schwarzen Liste prüft, dann haltet euch immer an den Wortlaut. Und ihr denkt nicht irgendwie an Sinn und Zweck oder sowas. Ihr macht um Gottes Willen keine Analogie, sondern ihr prüft einfach nur das, was schwarz auf weiß steht. Der Grund dafür ist offensichtlich, weil wir haben gesehen, die schwarze Liste ist in irreführende geschäftliche Handlungen und in, ja, aggressive geschäftliche Handlungen oder belästigende geschäftliche Handlungen unterteilt. Und wenn die schwarze Liste nicht einschlägig ist, also diese Nummer, keine Ahnung, Nummer X der schwarzen Liste ist nicht einschlägig, ja, dann ist das überhaupt kein Problem. Problem, weil wir haben immer noch den allgemeinen Paragraph 5 oder 5a UWG, der die Irreführung thematisiert. Oder wenn wir in dem zweiten Teil der schwarzen Liste sind, wir haben immer noch den Paragraphen 4a oder 7 UWG, falls die Nummer X der schwarzen Liste nicht einschlägig ist. Also ihr solltet euch wirklich einfach nur an den Wortlaut halten, diesen durchprüfen. Wenn der nicht einschlägig ist, ist das überhaupt kein Problem, weil es gibt noch die anderen, ich sag mal, normalen Tatbestände im UWG, nämlich Paragraph 5, 5a, 4a, 7 UWG. Die sind die schönen und normalen Normen des UWG. Ah ja, hier könnte ich auch nochmal ganz kurz anmerken, dass die schwarze Liste massiv, ich glaub sogar, ich glaub sogar komplett vom EU-Recht bestimmt ist. Ah ne, ich glaub, es gibt eine oder zwei Nummern, die sind nicht vom EU-Recht bestimmt. Aus irgendeinem Grund dachte sich der deutsche Gesetzgeber. Ich glaub, eine der letzten Nummern jedenfalls, keine Ahnung, schaut euch das im Kommentar an, eine der letzten Nummern in der schwarzen Liste ist nicht vom EU-Recht vorgegeben, aber alle anderen Nummern sind aus dem EU-Recht. Das heißt, also dann wisst ihr das theoretisch, falls irgendwann mal der EuGH oder sowas dazu sagt, dann müssen wir das natürlich auch hier im deutschen Recht berücksichtigen. Okay, dann kommen wir zum Anwendungsbereich und wir sind jetzt also hier bei dem Punkt A unseres Schemas für die Klausur. § 3 Absatz 3 UWG sagt, die im Anhang dieses Gesetzes aufgeführten geschäftlichen Handlungen gegenüber Verbrauchern sind stets unzulässig. Das heißt, Anwendungsbereich ist gegenüber Verbrauchern. Das heißt, wir müssen uns fragen, ja wer ist denn überhaupt Verbraucher im UWG? Und das sagt uns der § 2 Absatz 2 UWG, nämlich für den Verbraucherbegriff gilt der § 13 BGB und den § 13 kennt ihr aus der Zivilrechtsvorlesung, nämlich Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Ein Beispiel hier, der Anwalt kauft einen Schreibtisch. So, wenn der Anwalt A jetzt diesen Schreibtisch für seine Kanzlei kauft, ja dann ist er kein Verbraucher im Sinne des § 13 BGB, weil er diesen Schreibtisch für seine selbstständige berufliche Tätigkeit kauft und deswegen wäre der für dieses Rechtsgeschäft kein Verbraucher. Wenn der Anwalt A aber, äh, keine Ahnung, ein Laptop für sich privat kauft, um dort Videospiele zu spielen, ja dann ist er in Bezug auf dieses Rechtsgeschäft Verbraucher. Man muss also auf den objektiven Geschäftszweck schauen. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht. Und in dem Video habe ich auch, ja, egal, schaut euch das Video an. Und, genau. Hier möchte ich aber auch nochmal ganz kurz erwähnen beim Anwendungsbereich. Hier steht ja nur drin, es muss gegenüber dem Verbraucher erfolgen. Das heißt, es muss kein Vertragsschluss oder ähnliches erfolgen. Ein Beispiel, der V betreibt ein Reiseportal. Dort bewirbt er sein Angebot als 5-Sterne-Hotel. In Wahrheit ist es nur ein 4-Sterne-Hotel, das 5-Sterne bei den Kundenbewertungen erhalten hat. Hier geht es nur um Werbung. Diese Werbung erfolgt aber auch gegenüber Verbrauchern. In diesem Fall ist der Anwendungsbereich der schwarzen Liste bereits eröffnet, weil hier eine geschäftliche Handlung gegenüber Verbrauchern erfolgt. Auch wenn hier noch kein Vertrag geschlossen wird. Genau, und damit möchte ich jetzt auch schon ganz kurz noch zu einer Übersicht kommen, bevor wir uns ein paar Nummern der schwarzen Liste anschauen, nämlich diese wirklich tolle Übersicht aus dem Skript vom Professor Oli. Und ihr seht hier auf der linken Seite Verbraucherschutz und auf der rechten Seite Schutz sonstiger Marktteilnehmer und das sind insbesondere gewerbliche Abnehmer, also solche Leute, die beispielsweise einen Bagger kaufen für ihr Bauunternehmen, die sind natürlich keine Verbraucher objektiver Geschäftszweck. So, ihr seht hier bei dieser Übersicht, dass der Verbraucher und der sonstige Marktteilnehmer, die sind weitestgehend gleich geschützt. Der sonstige Marktteilnehmer genießt genauso wie der Verbraucher Schutz vor Belästigung, aber auch Schutz vor Irreführung. Der Handwerker, der seinen Hammer für sein Unternehmen kauft, also für einen geschäftlichen Zweck kauft, der soll auch nicht irregeführt werden. Nur, der Verbraucher, der wird noch etwas weiter geschützt. Bei dem Verbraucher, da gilt insbesondere die schwarze Liste, wie ihr hier seht mit dem § 3 Absatz 3 UWG. Diese schwarze Liste gibt es für den sonstigen Marktteilnehmer nicht, weil § 3 Absatz 3 sagt ja, die schwarze Liste gilt nur gegenüber Verbrauchern. Und ihr seht auch, dass der Verbraucher hier beim § 5a noch etwas mehr geschützt wird. Das schauen wir uns dann an, wenn wir zum § 5a kommen. So, kommen wir mal zu einer Nummer der schwarzen Liste, nämlich dem § 9 der schwarzen Liste. Die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, eine Ware oder Dienstleistung sei verkehrsfähig. Diese Nummer habe ich genommen, weil es stellt sich, zumindest, ich kenne nicht die anderen Schwerpunkte bei euch, aber bei uns im Schwerpunkt ist der Schwerpunkt bestehend aus Patentrecht, Markenrecht, Lauterkeitsrecht und Urheberrecht und Kartellrecht. Und da bietet es sich bei den Klausuren häufig an, natürlich mehrere Rechtsgebiete abzufragen. Und dann stellt sich die Frage, ja wie sieht es denn aus? Der A stellt ein Erzeugnis her, das ein Patent verletzt und verkauft dieses an B. Hier ist natürlich Patentrecht auch einschlägig, aber die Frage ist, ja wie sieht es denn auch mit dem UWG aus? Und da könnte man ja jetzt denken, ja, dass diese Ware ist gar nicht verkehrsfähig. Nämlich nach der schwarzen Liste Nummer 9, weil das verletzt ein Patent, deswegen ist es nicht verkehrsfähig. Das ist aber nicht so. Die Nummer 9 meint nicht das Entgegenstehen geistiger Rechte, sondern die Verkehrsfähigkeit meint, ob ein Produkt rechtmäßig verkauft werden kann. Und hiermit sind insbesondere zum Beispiel Kinderpornografie oder Tiere, die unter dem Tierschutz fallen, die sind nicht verkehrsfähig, weil die nicht rechtmäßig verkauft werden können. Können wahrscheinlich bei Kinderpornografie 134 BGB, keine Ahnung, bestimmt gibt es da ein Verbotsgesetz zu. Und wenn es kein Verbotsgesetz gibt, dann der 138 BGB, Sittenwierigkeit. Genau, und Tiere, die unter dem Tierschutz stehen, ja doch, da gibt es sicherlich irgendein Verbotsgesetz, also 134 BGB. Genau, also diese Fälle fallen unter die Nummer 9 der schwarzen Liste, nicht aber das Entgegenstehen geistiger Rechte. Also nur weil ein Patent verletzt wird, heißt das nicht, dass die Nummer 9 der schwarzen Liste einschlägig ist. Gut, dann kommen wir zu der Nummer 28, also jetzt ziemlich weit hinten, jetzt schon bei den aggressiven geschäftlichen Handlungen. M wirbt damit, dass Schüler ihr Zeugnis vorlegen können und so einen Gutschein für jede 1 oder 2 bekommen, der wiederum im Geschäft von M genutzt werden kann. Hier seht ihr auch diese Zeugnisaktion vom Mediamarkt. Jede 1 wird mit 2 Euro belohnt und jede 2 mit 1 Euro. Und wichtig ist mir hier nochmal zu betonen, dass wenn der Schüler dieses Zeugnis vorlegt mit einer 1 oder 2 und so weiter und er bekommt, sagen wir, 10 Euro Direktabzug, dann ist dies ein Gutschein. Also diese 10 Euro Direktabzug gelten dann für den Kauf einer Ware beim Mediamarkt. Aber das ist nur ein Gutschein. So, und jetzt stellt sich die Frage, ja wie sieht es denn aus mit der Nummer 28 in der schwarzen Liste? Darin steht, die in eine Werbung einbezogene unmittelbare Aufforderung an Kinder, selbst die beworbene Ware zu erwerben oder die beworbene Dienstleistung in Anspruch zu nehmen oder ihre Eltern oder andere Erwachsene dazu zu veranlassen. Hier müsst ihr euch, wie ich schon häufiger gesagt habe, die Tatbestandsmerkmale rauslesen. Wir kommen auch gleich nochmal zum anderen Fall, wo das nochmal deutlich wird. Hier muss aber jedenfalls eine Werbung an Kinder vorliegen. Die liegt hier vor. Man könnte ein bisschen problematisieren, ob Schüler Kinder sind. Ja, keine Ahnung. Also jedenfalls würde ich so argumentieren, Kinder sind jedenfalls alle, die unter 18 Jahre sind und Schüler sind in der Regel, falls die nicht, keine Ahnung, zwei-, dreimal sitzen geblieben sind, sind unter 18 und damit ist das hier eine an Kinder gerichtete Werbung. Dann kommt aber die zweite Voraussetzung und hier steht drin, eine unmittelbare Aufforderung, selbst die beworbene Ware zu erwerben. Und hier wird ja keine, hier wird ja nicht diese konkrete Ware beworben, sondern es geht nur um einen Gutschein. Hier geht es nur um einen Gutschein und nicht um eine konkret beworbene Ware. Würde in dieser Werbung drinstehen, für jede Eins und jede Zwei bekommt ihr zwei Euro oder beziehungsweise ein Euro Direktabzug für die Playstation 5, ja dann wäre das hier erfüllt. Aber hier geht es nur um einen allgemeinen Gutschein und dieser allgemeine Gutschein ist keine unmittelbare Aufforderung, selbst die Ware, diese konkrete Ware zu erwerben und daher müssen wir diese Voraussetzung verneinen. Und hier seht ihr auch nochmal, dass wir diese schwarze Liste, ja jetzt vielleicht nicht restriktiv, ja oder restriktiv halt anwenden, beziehungsweise wir schauen ganz genau auf den Wortlaut. Weil hier ist zwar die schwarze Liste nicht einschlägig, aber vielleicht ist ja dann die Irreführung nach § 5 UWG einschlägig. Allerdings prüfen wir das dann erst im nächsten Schritt. Jedenfalls hier ist die Nummer 28 nicht einschlägig. Und jetzt möchte ich nochmal eine ganz kurze Übung machen, nämlich die Nummer 26. Da steht drin, das hartnäckige, unerwünschte Ansprechen des Verbrauchers mittels sonstiger für den Fernabsatz geeigneter Mittel der kommerziellen Kommunikation. Es sei denn, dieses Verhalten ist nicht zur rechtmäßigen Durchsetzung einer vertraglichen Verpflichtung gerechtfertigt. Hier müsst ihr die Voraussetzungen einfach mal, ja selbst herauslesen und dann seht ihr, wir brauchen zunächst einmal natürlich den Anwendungsbereich. Das ist immer beim 3 Absatz 3 UWG der Fall. Dann brauchen wir ein Ansprechen. Dieses Ansprechen muss mittels eines Fernabsatz geeignetes Mittels sein. Es muss hartnäckig sein, es muss unerwünscht sein und dann darf es keine Ausnahme hier geben. Genau. Ein Gegenbeispiel noch. Der T ruft an und fragt, ob der Jurastudent J nicht seinen Internet-Tarif verbessern möchte. Die T hat ein Sonderangebot. Hier ist der 3 Absatz 3 UWG in Verbindung mit der Nummer 26 natürlich zu verneinen, weil, ja fehlende Angaben im Sachverhalt. Die T ruft mich hier nur einmal an. Wenn die T das 5 Mal am Tag macht und dann ist das hartnäckig und dann ist es auch sicherlich unerwünscht und das ist auch mit einem Telefon genau und die Ausnahme greift nicht, dann wäre das eine unzulässige Handlung. Aber hier ruft die T mich ja nur einmal an und sagt, hey, wir haben ein Sonderangebot. Da kann ich auch einfach sagen, hey, kein Interesse, tschüss, schönen Tag noch. Also, das ist nicht hartnäckig, das ist nicht unerwünscht. Deswegen müsste man in diesem Beispiel, wie es hier steht, die Nummer 26 verneinen. Perfekt, das war es dann von dem heutigen langweiligen Video. Hier seht ihr die Kontrollfragen und nächstes Mal wird es dann endlich interessant mit der Irreführung und darauf freue ich mich schon und darauf dürft ihr euch auch freuen. Ihr dürft natürlich hier ein Like da lassen und ihr könnt natürlich das Video gerne teilen. Ihr könnt den Kanal gerne abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!